Oh Gott, du hast ja gesagt, der Vater ist eigentlich was normal? Ja! Das sieht ja eigentlich ohne T-Shirt aus, er hat so ne komische Figur. Oh mein, jetzt hab's das weg gemacht. Legen wir's gleich rücken. Er hat so ne Figur irgendwie, ne? Das wär jetzt so ne normale Figur. T-Shirts so zerrissen, das find ich bestimmt. Ja, ja, Bionado. Du bist schuld. Nee. Mach zurück. Ja. So sieht er aus wie ein Mensch. Der andere sah aus wie so ne War. Ja. Wenn er das dann hat. Echt jetzt? Gott, das sieht ja echt künstlich aus. Ja. Guck mal oben die Papi-Figur. Ja. Ich glaub, ich hätte das weiter... Aber das war nicht besser. Ja, lass mal so. Tattoos! Tattoos! Komm, wir können jetzt bei dem austoben. Guck mal da dieses Herz im Boulder. Siehst du das? Ja. Wir können jetzt bei dem austoben. Wir geben ihm ein paar Tattoos. So. Ja. Ja. Cool. Cool. Andere Seite musst du auch noch. Nein, du hattest die Dinger überall. Das passt nicht. Nimm mal das daneben. Das ist ein anderer Stil. Ja. So ungefähr. Aber bei dir war noch der Bauch und der Rücken und überhaupt alles. Okay. Dann habe ich mir die Papiere geholt. Ich habe gesagt, das lässt sich nicht mehr rücken. Ich mache es egal, was du tust. Da hilft nicht mal Schminke. Aber ein bisschen übertrieben mit den Tattoos. Nein, lass mal. Das erste Outfit finde ich cool. Die anderen kannst du machen. Nein, nein, nein. Ich will nenne ihn jetzt mal. Er läuft doch immer barfuß. Das ist der Typ, der immer barfuß läuft außer im Winter. Das ist ein richtiger... Oh, ich mag die Natur nicht. Aber meine Füße mögen auch keine Schuhe. Wie machen die Schuhe weg? Schuhe ganz links. Genau links, genau. Okay. Aber das kann von Klopapier. Das lässt du nicht mit der Verwandt mit der Tochter. Nein, doch. Kannst du einstellen. Mach mal von Klopapier. Die ganze Menge das wegen Hefos nennen oder so. Soll ich dir zeigen, wo man das macht mit der... Bevor wir es vergessen. Und zwar gehst du hier rauf. Ja. Und dann kannst du hier die Beziehung bearbeiten. kannst anklicken, was die beiden für ihn sind. Das kann ja auch seine Schwester sein oder so. Wenn sie so eine Serienromantikerin ist, wird es vielleicht sehr einfacher, wenn es seine Schwester ist. Dann kann die sich nämlich durch die Gegend kennenlernen. Wie mach ich das immer hier, wa? Ja. Dann wäre das andere nämlich seine Nicht und nicht seine Tochter. Okay. Gut. Dann... Na ja, könnt ihr auch nicht im gleichen Bett schlafen. Obwohl, jetzt ist ja bei der egal. Ähm... Oh ja, keine Ahnung. Aber Mutter hat Kind können und gleich wird keine. Ja, Standard. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, voll der Happy Bruder. Ey, das sieht doch aus, als wäre er auf dem Marsch durch die Wüste. Dann würde er jetzt so mal sehen, oder? Ja. Kann man das Ding auch noch... Ja. Hat sich noch einen Dornesruck dazu gemacht. Ja. Sieht doch nicht noch schlimmer. Ähm... Geht doch nicht so mal schon. Socken eins. Mensch, jetzt hat doch noch die Docken an. Wie? Hier? Einfach bei den 1 runter. Da, das Kreuz. Okay. Das ist schon ordentlich furchtbar. Das ist jetzt die Sportkleidung. Ja, das ist okay. Ich kriege immer noch die Schuhe weg. Ich bin nur so, weil wir es können. Ich glaube, da klingelt was. Ja. Was mache ich denn da? Ich muss die gerade ein bisschen nach hinten schauen. Unsere Katze hat mal wieder irgendwas gemacht. Ja, das nehme ich so. Ähm, das ist jetzt die Schlafkleidung. Ne, da brauche ich keine Schuhe. Ähm, was haben wir denn hier? Die Ausgekleidung. Das Oberteil ist in Ordnung. Fetisch-Party oder was? Oh Gott. Ja, das ist in Ordnung. Dann gebe ich ihm da noch die Nietenhose da unten. Ne, der Wock nicht weg. Ich würde dann diese Nietenhose dann nehmen. Weiter runter da. Und die jetzt irgendwie in schwarz. Die gibt es bestimmt auch noch peinlich. Jetzt sieht er wirklich aus als würde. So eine Springerstiefel. Dann hat er so ernsthafte Probleme mit seinem Modeschmack und seiner letzten Brille. So. Warum? Gute Frage, warum? Okay. Aber dann müsstest du eigentlich nur so eine Rockerjacke heben, oder? Ich weiß nicht warum, aber dann passt das irgendwie doch nicht. Schönen guten Tag! Ich bin der Hardcore-Rocker! So sieht der irgendwie aus. Ja, die Steppjacke, nimm mal die rot-weiße da. Hier? Ja, ist dumm. Ja, so wie es ist. Nimm die mal kurz, ich will mal wissen wie das aussieht mit dem Rot. Na gut, lass mal so. So. Das ist die Badekleidung. Kann ich so lassen. Muss ja nicht später probieren. Kann sie natürlich auch so weit rote bei Blumen geben oder so. So. Voll auf 70er Jahre Stil. Und dann auch noch eine Rot. So. Äh, ja. Du musst aber in eine schöne halbe Pampel-Mose in die Hose. So. Oh Gott. Heiße Outfits, ja. Da kannst du ihn gleich hinten nochmal anziehen. Na? Dann mach doch oben ein T-Shirt und dann auch wieder mit seiner Pornohose. Also wenn eklig, dann richtig. Äh, so. Guck dir deine Nase an. Oh Gott, so mal ran. So mal ran. Mach das weg. Hast du das mit Absicht gemacht? Das hat er schon eingestellt. Mach das weg. Das ist schlimmer als ein Unfall. Nö. Musst du einfach bei den Outfit-Kategorien wieder schummeln. Da, Badekleidung. Das war eine Badehose. Ich würde ihm da eiskalt nochmal diese Tiger-Schlüpfer geben. Dann nimm doch ein paar Sachen raus bei der Kategorie. Je mehr du anklägst, desto länger suchst du natürlich auch. Ja, ich weiß. Bei kaltem Wetter sind die nämlich definitiv nicht drin. Ah, Kleidung ist das auch nicht. Und jetzt kommt sie noch an. Party bestimmt auch nicht. Ja. Jetzt geh mal auf Häkchen für okay. So, da guck mal. Da kannst du noch feiner filtern. Bei den Hosenlängen. Meine Herzenhose wäre auch geil. Meine Herzenhose daneben. Immer wenn es heiß ist, gehe ich nackig raus. Oh, bei mir brennt es im Streit, Herr Feuerwehrmann. So. Die kalte Kleidung. Schuhe musst du ihm ausziehen. Er darf nur mit der Schuhe tragen, ansonsten ist das Tabu für ihn. Er hat ja noch mal so ein Tattoos. Er hat ja noch mal so ein Tattoos.